18 Länder in sieben Tagen mit dem Fahrrad bereisen. Diesen Weltrekord hat Maurice Mülder, der Athletiktrainer der Bayern 04 Frauen, aufgestellt. Und wir freuen uns heute ganz besonders, ihn im Interview des Monats bei Auf 1 Bitt mit Maurice Mülder zu begrüßen. Schön, dass du da bist und auch noch mal ganz herzlichen Glückwunsch. Wir sind ja hier bei Auf 1 Bitt mit, deswegen ist glaube ich heute der perfekte Zeitpunkt, um direkt mal vorab des Interviews anzustoßen. Dankeschön. Auf dich, Weltrekord auf jeden Fall Wahnsinn. Erzähl mal, wie es dir geht, was machen die Beine, wie ist die Lage? Ich fühle mich ganz erholt eigentlich. Also tagsüber habe ich immer noch mal so eine Phase, wo der Körper so merkt, dass er gerade Pause machen kann. Jetzt bin ich ja eine Woche wieder zurück, sage ich jetzt mal. Bin früh müde abends, aber so, ich sag mal, Beine sind okay, Hintern ist okay. Ich werde am meisten nach dem Hintern gefragt, seltsamerweise. Das ist erstaunlich, dass ich jetzt über meinen Hintern in einem Interview reden kann. Nein, und das Energielevel, das macht sich noch mal so ab und zu bemerkbar. Hast du denn alles gedanklich schon verarbeitet? Also ich werde oft angesprochen und je mehr ich so auch ein bisschen darüber erzähle, so ein bisschen mehr kann ich es dann auch realisieren. Ja, ich muss ja auch tatsächlich noch warten, dass der Rekord anerkannt wird. Also das wird von Guinness World Records geprüft. Ich bin zuversichtlich, weil A habe ich ein Land mehr als der vorherige Rekordhalter und wir haben viel Beweismittel gesammelt. Aber darauf muss ich noch warten und ich denke, wenn ich dann noch was in der Hand halten kann, dann realisiere ich es vielleicht. Ja, das stimmt. Vielleicht kannst du vorab den Zuschauern erstmal noch mal so ein paar Hintergrundinfos geben. Was waren die Bedingungen, um diesen Rekord aufzustellen? Welche Länder bist du jetzt durchreist? Wer gehörte zu deinem Team? Ja, also vielleicht so als Hintergrund. Ich habe irgendwann mal einen Artikel über den aktuellen, oder nicht mehr aktuellen, den vorherigen Rekordhalter gelesen, das war ein Brite, der diese Tour 17 Länder geschafft hatte in sieben Tagen. Und dann habe ich, da ich selbst sehr viel Sport mache, einfach mal geguckt, was ist so möglich und kam dann auf die Idee, ich könnte 18 schaffen. Und dann habe ich das bei Guinness World Records den Antrag eingereicht. Ich habe zwei Seiten Auflagen bekommen, dass unter anderem ich begleitet werden soll oder muss, weil zwei, im Endeffekt zwei Personen, ja, das die ganze Zeit auch überprüfen. Ich musste GPS-Track natürlich die ganze Zeit tracken. Ich konnte keine Fähre, kein Auto oder Zug oder was nutzen. Wir haben an den Grenzen Bilder gemacht, Videomaterial gesammelt. Das war so, so ein bisschen die Beweisführung während der Tour. Und ja, von der Tour bin ich 18 Länder gefahren, gestartet in den Niederlanden am Dreiländereck. Viele kennen das so als Touri-Punkt. Ich fand das als Startpunkt ganz geeignet, weil ich dann direkt über Belgien, Deutschland, runter nach Luxemburg fahren konnte. Hab dann sozusagen Frankreich geschnitten, runter in die Schweiz gefahren. Kurz durch Lichtenstein, das war ein neues Land für mich, aber wirklich nur ganz kurz. Rein nach Österreich, runter nach Italien, hoch wieder durch Österreich nach Tschechien. Und dann bin ich mehr oder weniger im Osten sozusagen runter. Slowakei, Slowenien, Ungarn erst, Ungarn erst, Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina und dann durch Serbien rüber nach Rumänien und Bulgarien. Wahnsinn. Und ja, da habe ich es dann geschafft. Man muss sich vorstellen, also du bist echt knapp 15 Stunden am Tag einfach Rad gefahren mit diesem Rad, by the way, was wir hier im Hintergrund sehen. Was haben die anderen zu dir gesagt? Also haben die dich für bekloppt gehalten im Vorfeld oder also das ist ja wirklich eine Wahnsinns-Idee? Ja, ein paar haben es gar nicht so ernst genommen, bis ich es dann gemacht habe. Meine Begleitung, also mein Bruder hat gesagt, okay, das ist genau dein Ding. Neil, der auch viel für Bayer tätig ist, der hat gesagt, da bin ich dabei, das ist crazy. Der mochte auch sowas. Ja, und viele haben im Nachhinein, als ich es dann gemacht habe oder währenddessen schon gesagt, okay, das ist wirklich verrückt. Das habe ich zwischendurch auch gedacht, weil es natürlich nicht nur Höhen gab, also ich bin nicht auf einer Welle da nach Bulgarien gekommen, sondern habe dann auch verschiedene Tiefen durchlebt. Aber ja, die Reaktionen sind unterschiedlich zwischen cool und spannend bis zu crazy, verrückt, okay, unvorstellbar. Genau, über die Höhen wollen wir jetzt natürlich auch sprechen, also es ist echt fast eine Strecke von Leverkusen bis nach Hamburg, die du quasi fast täglich gefahren bist und dazu kommen noch die Höhenmeter, also dass du da viel erlebst, ist klar. Was waren so die größten Schwierigkeiten, die du erlebt hast bei dir auf dem Instagram-Kanal hat man viel gelesen von Hunden, die dich verfolgt haben, die Gedanken, die dann natürlich auch irgendwann verrückt spielen, der wenige Schlaf, dann natürlich die Beine, die irgendwie schlapp machen. Ja, vielleicht angefangen bei den Hunden, das kam so ab Bosnien, Serbien, Rumänien, aber in Bosnien muss ich schon sagen, das war ein kleiner Schock für mich, der mich mental auch nochmal herausgefordert hat, weil ich als Radfahrer sehr aggressiv von Hunden attackiert oder verfolgt wurde, ab und zu dann auch mal unplanmäßig mal einen kleinen Zwischensprint einlegen musste. Und ja, hab dann natürlich auch so ein bisschen Kopfkino gehabt, wie ist das dann in Serbien, wie ist das in Rumänien, nachdem ich das in Bosnien erlebt habe, was unschön war, vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen ängstlich reingegangen. Letztendlich hat sich das aber alles dann auch irgendwie gegeben und alle Situationen überstanden, aber das war schon etwas, was man nicht planen konnte und was ich nicht brauchen konnte. Während der Tour, so dritter, vierter Tag, waren die Höhenmeter natürlich eine große Challenge. Wir hatten eine kleine Herausforderung am Arlbergpass, viele kennen den vielleicht so als Touri-Hotspot. Kurz danach bin ich den Brenner hoch nach Italien gefahren. Ja, die Berge kosten viel Zeit. Die Berge tun weh in der Muskulatur, die dann auch schon sehr müde war zu dem Zeitpunkt. Und ja, vielleicht, also am Arlbergpass konnte ich die letzten sechs Kilometer nicht mehr fahren, weil der Pass gesperrt war für Radfahrer. Und auch illegalerweise wäre das nicht sinnvoll gewesen, da der Tunnel war gesperrt. Die LKWs sind alle über den Pass umgeleitet worden, dort zu fahren. Aber ihr kennt ja die Regeln, ich konnte nicht irgendwie mich in den Shuttle setzen und über den Berg oder mit dem Van. Ich musste irgendwie mit dem Rad über den Berg, sodass ich dort morgens 4.30 Uhr zwei Stunden das Rad über die Bäche und über den Trail sozusagen getragen habe. Was irgendwo auch physisch eine große Herausforderung war, aber mental war das für mich so dritter Tag, das Ziel noch weit weg, war das die größte Hürde. Und ja, aber irgendwie ging es dann auch wieder danach, hatte ich es geschafft und dann ging es dann auch irgendwie wieder weiter. Was hat das genau mit dir gemacht? Ich meine, das war jetzt direkt mehr oder weniger am Anfang. Ihr musstet dann ja genau diese Tour, diese Route abbrechen, hiking dann dazwischen, was dazwischen kommt und dann diesen Rückstand letztendlich auch wieder aufholen. Also zu wissen, man hat ja quasi 90 Kilometer oder so, die du auf andere Tage verteilen musst. Wie ging es dir da in den Momenten? Ja, ich habe nie ans Aufgeben gedacht, aber ich habe gedacht, oh jetzt, fuck, Entschuldigung, das wird verdammt hart. Und da war es auch so eine Situation, wo auch mein Team gemerkt hat, okay, der Support, jetzt wird es ernst so ein bisschen. Die haben mich echt super unterstützt, haben immer die richtigen Worte gefunden, weil ich war einfach auch leer zu diesem Zeitpunkt. Und ich habe aber gleichzeitig auch gemerkt, okay, das, was ich gerade sagte, nach jedem Tief geht es dann auch doch irgendwo weiter. Und ich habe gelernt, ich höre dieses Complaining, sich Beschweren über Situationen, da kommt schon wieder ein Berg, jetzt ist es gerade anstrengend, es bringt überhaupt nichts. Also es tut weh, aber es tut auch weh, wenn ich langsam fahre, es tut weh, wenn ich eine Pause mache und dann weiterfahre. Also es hat so ein bisschen dem Rhythmus geholfen, einfach durchzuziehen, vielleicht ein bisschen mehr Tunnelblick zu haben. Aber es gab ja auch viele monotone Straßen, wo dann, glaube ich, echt viel Spielraum für Gedanken ist. Ich meine, wenn man so lange auf einem Rad sitzt, woran hast du gedacht? Auch eine Frage, die oft gestellt wird, was höre ich für Musik die ganze Zeit? Musik hören wird auch langweilig irgendwann. Manchmal habe ich bewusst Musik gehört, die ich nicht mag. Warum? Ja, es sind halt Stunden, die ich da verbringe und auch Musik, die man gerne hört, wird halt irgendwann langweilig. Ich versuche, an andere Dinge zu denken, das hat nicht funktioniert. Ich wollte es, gerade in den Morgenstunden, die ersten drei, vier Stunden auf dem Rad, einfach rumkriegen und irgendwas zu träumen, an die Arbeit zu denken oder so. Aber es ist immer wieder zurückgekommen zu Kilometermachen, Navigation, wann esse ich was, wo treffe ich mich mit dem Team. Und wie war dann der Moment, als du es erreicht hast, als du wusstest, das Ziel ist erreicht? Auch spannend. Erstmal an der Grenze von Bulgarien habe ich mir den Stempel geholt. Es war 23 Uhr, war natürlich stockdunkel. Ich wusste, hinter der Grenze habe ich die Hunde auch schon wieder gehört. Oh Gott. Und umso besser war dann, wo ich auf mein Team gestoßen bin. Direkt wieder auf serbischer Seite mit meinem Bruder, der mich ja begleitet hatte und Nil. Das war einfach kraftlos, aber Party. Die haben schöne Musik im Van angemacht. Der DFB hat sich zwar noch nicht gemeldet, aber wir hatten auch zwei, drei Bengalos dabei, die wir dann auf dem Feldweg gezündet haben. Also schon ein bisschen Sekt getrunken. Die haben es auch zu einem guten Event dann noch gemacht, obwohl ich ein bisschen kraftloser war. Und jetzt wirst du wieder zurück sozusagen im normalen Alltag bei den Bayern 4 Frauen. Wie ist dir das gelungen, jetzt wieder umzuschalten auf Alltag und auf deine normale Arbeit bei Bayern 4? Wir sind ja schon letzte Woche direkt gestartet. Ich bin zwei Tage später dazu gekommen. Ich finde die Vorbereitung immer super spannend. Gerade als Athletiktrainer ist das natürlich eine Zeit, wo man auch viel bewegen kann, wo man sich viel einbringen kann. Und deswegen war ich relativ schnell auch im Modus wieder. Die Mädels haben mich ja natürlich auch entsprechend mit Interesse an der Tour begrüßt. Mein Staff hat viel, viel Interesse gezeigt, konnte ein bisschen erzählen schon. Aber der Fokus für Vorbereitung war sofort da, weil auch alle so sehr fokussiert sind schon und sich auf die neue Saison freuen. Was kannst du aber vielleicht auch aus deiner Erfahrung jetzt ableiten, was für die Mädels wertvoll ist? Generell für Bayern 4? Also jeder Tag bei mir jetzt auf der Tour hatte Höhen und Tiefen. Und das Wichtigste, was wir so auch mit den zwei Begleitern festgestellt haben, es geht nie immer alles so wie man plant, sondern es geht immer was schief. Vielleicht dann, wenn man gut plant, nur zwei von zehn Dinge. Aber es geht immer was schief, diese Konstruktivität in der Zusammenarbeit. Auch wenn jeder Fehler macht, das habe ich sehr viel gelernt, das hat super funktioniert. Das läuft bei uns im Staff hervorragend, auch wenn irgendwas mal nicht so läuft, dass das jeder sich vielleicht auch mal zurücknimmt. Da habe ich sehr, sehr viel gelernt, mitgenommen, Mentalität etwas durchzuziehen und dabei vielleicht Emotionen auch zurückzustellen. Also Situationen waren oft unter Belastung, ist man emotional natürlich ein bisschen angekratzt, will dann gerne Dinge und nachher denkt man, okay, vielleicht werden die Entscheidungen oder mein Verhalten anders, unter Konzentration oder Fokus vielleicht besser gewesen. Das sind so Dinge, wo ich denke, dass ich viel mitnehmen konnte, was ich viel auch weitergeben kann an Spielerinnen. Bei uns im Staff ist eh schon so eine Performance-Kultur, sage ich mal, wo das sehr gut läuft. Das sind Dinge, wo ich viel gelernt habe. Hört sich alles sehr gut an. Wir sind auf jeden Fall begeistert von deiner Leistung und freuen uns sehr für dich. Vielen Dank dir. Dankeschön. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte.